Daniel Neldenny Drinkwater 5. März 1990 in Manchester, England, ist ein englischer Fußballspieler. Er steht seit 2017 beim FC Chelsea unter Vertrag. Karriere Verein Drinkwater durchlief die Jugendakademie von Manchester United. Im Jahr 2009 unterschrieb er einen Profi-Vertrag bei dem von Alex Ferguson trainierten Verein. Da seine Einsatzchancen in der hochklassig besetzten Mannschaft sehr gering waren, wechselte er 2009 auf Laibasis zu Haddafield Town in die drittklassige Football League Won und wurde schnell Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Seine Mannschaft belegte am Saisonende den sechsten Platz, scheiterte jedoch in der ersten Playoff-Runde am späteren Aufsteiger FC Millwool. Zu Beginn der Saison in der zweitklassigen Football League Championship 2010-11 wechselte er auf Laibasis zu Cardiff City. Cardiff City hatte in der Saison 2019 den Aufstieg in die Premier League nur knapp verpasst. Da Drinkwater nicht wie erhofft zum Einsatz gekommen war, holte ihn Manchester United vorzeitig zurück und verlieh ihn am 28. Januar 2011 an den zweitligesten FC-Wortfahrt. Im August 2011 wurde er bis zum 2. Januar 2012 an den FC-Bahnsee ausgeliehen. Im Januar 2012 wechselte Drinkwater zu Leicester City. Er unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2015 gültigen Vertrag. Nach fünfeinhalb Jahren und einer Meisterschaft, wechselte Drinkwater im August 2017 zum FC Chelsea. Sein Vertrag läuft bis 30. Juni 2022. Nationalmannschaft Am 17. März 2016 wurde Drinkwater vom englischen Nationaltrainer Roy Hodgson für Testspiele gegen Deutschland und gegen die Niederlande erstmals für die englische Nationalmannschaft nominiert. Am 29. März 2016 kam er beim 1 zu 2 im Spiel gegen die Niederlande in London zu seinem ersten A-Länder-Spiel, als er sechs Minuten vor dem Spielende für Erik Thier eingewechselt.